Hallo Leute, in diesem Video zeige ich euch, wie man vergilbten Kunststoff wieder weiß bekommt. Hierfür habe ich mir eine alte Tastatur von Apple besorgt. Ihr könnt es natürlich auch mit einem anderen vergilbten Kunststoff versuchen. Ich bin mir aber fast sicher, dass es auch auf den jeweiligen Kunststoff ankommt, wie am Ende das Ergebnis aussieht. Wie ihr schon sehen könnt, ist die Tastatur in die Jahre gekommen und stark vergilbt und verschmutzt. Bevor ich mit der Reinigung beginnen kann, muss man die Tastatur erstmal vorsichtig zerlegen. Bei allen Kunststoffen gilt das gleiche. Umso älter, umso spröter und somit zerbrechlicher ist das Ganze. Zuerst müssen die Kappen der Tastatur entfernt werden. Ich habe mir vorher noch ein Foto gemacht, damit ich weiß, wo jede Kappe zum Schluss wieder hingehört. Jetzt kann man schon einen großen Unterschied sehen. Die verdeckten Flächen sind weiß, alles andere ist stark vergilbt. Nach den Kappen werden die Gehäuseschrauben vorsichtig ausgedreht und zur Seite gelegt. Die inneren Komponenten wie Platine und Kontaktfolie vorsichtig ausbauen und sicher verstauen. Wenn ihr aufwendigere Teile zerlegt, wie zum Beispiel eine Tastatur, ist es ratsam, die Schrauben und alle anderen Kleinteile zu sortieren und zu beschriften. So wisst ihr immer, wo beim Zusammenbau alles hingehört. Wenn die Tastatur zerlegt ist, geht's ans Reinigen. Ich habe alle inneren Komponenten mit einem feuchten Tuch abgewischt, bis der Schmutz komplett entfernt war. Die Einzelteile, die gebleicht werden sollen, müssen sehr gründlich gereinigt werden. Es könnte sonst sein, dass an den Stellen, wo die Bleiche nicht hinkommt, unschöne Flecken entstehen. Euch ist bestimmt aufgefallen, dass die Grundplatte schon viel weißer ist als die Tastaturkappen. Das liegt daran, dass ich die Grundplatte vorher schon gebleicht habe. Sozusagen als Test. Jetzt stecke ich die vergilbten Tastaturkappen auf die weiße Grundplatte auf und kann mir sicher sein, dass die Bleiche überall so gleichmäßig verteilt wird, dass keine gelben Schatten entstehen können. Bevor ich mit den Bleichen beginne, ist es sehr wichtig, die richtigen Vorsichtsmaßnahmen zu ergreifen. Ich empfehle eine Schutzbrille und Einmalhandschuhe. Die Gebrauchsanweisung des Bleichmittels sollte man am besten auch befolgen. So kann am wenigsten passieren. So, nun ist es soweit. Ich rolle auf einer glatten Oberfläche Frischhaltefolie aus, damit das Bleichmittel später nicht überall hinlaufen kann. Dann die Tastatur drauflegen. Schutzbrille und Einmalhandschuhe anziehen und das Bleichmittel auf der ganzen Tastaturoberfläche auftragen. Danach habe ich mit einem Tuch das Bleichmittel gleichmäßig verteilt. Da das Bleichmittel eine leichte, cremige Konsistenz aufweist, bleibt es genau da, wo es sein soll. Wenn alles soweit erledigt ist, wickele ich die komplette Tastatur mit Frischhaltefolie ein. Jetzt heißt es abwarten. Beim ersten Durchgang war die Tastatur sieben Stunden in der preilen Sonne gelegen. Danach habe ich das überschüssige Bleichmittel gründlich abgewaschen. Das Ergebnis war gut, aber nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Also habe ich den Vorgang noch zweimal wiederholt. Nachdem alles gereinigt wurde, geht es wieder an den Zusammenbau der Tastatur. Jetzt ist es gut, wie am Anfang des Videos schon erklärt, dass ich die Schrauben und die Klammern sortiert und beschriftet habe. Denn das Bleichen ging über eine Woche. Zuerst war wenig Sonne zur Verfügung und dann insgesamt vier Tage Bleichen. Wenn letztendlich alles wieder zusammengebaut wurde, kann sich das Ergebnis doch sehen lassen. Der Kunststoff hat wieder ein schönes Weiß. Von den vergilbten Flächen sieht man so gut wie gar nichts mehr. Es muss einem aber auch klar sein, dass man mit einem Bleichmittel den originalen Farbton eines alten Kunststoffteiles kaum mehr herstellen kann. Vor allem, wenn 15 Jahre dazwischen liegen. In meinem Fall hat es aber gut geklappt. Ich hoffe, ich konnte euch etwas Neues zeigen. Vielleicht habt ihr ja auch das eine oder andere Kunststoffteil, das ihr bleichen möchtet. Ich hätte noch ein paar. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Video. Tschüss! Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Video.